Die Zentralbank von China bereitet sich darauf vor, Bitcoin zu retten. Guten Morgen, guten Abend, guten Nachmittag, wo auch immer du bist. Vielen Dank, dass du meine Videos ansiehst. Mein Name ist Da Vinci Jeremy. Ich überlebe hier in Dubai. Ich hoffe, dir geht es gut. Oh Mann, es ist immer ein großartiger Tag im Kryptobereich. Und ja, wir werden dir in dieser Episode zeigen, wie großartig dieser Tag ist. Am Ende werden wir uns einige Charts ansehen, nachdem wir die ganzen Nachrichten durchgegangen sind. Also bleib dran. Bevor wir anfangen, gehe sicher, dass du bei Bybit dabei bist. Da Vinci Joto 15.com links unten in der Beschreibung, um auf die beste Börse da draußen zu kommen, nämlich Bybit. Und um Kryptos zu kaufen und zu handeln. Weißt du was? Bybit ist nicht in jedem Land verfügbar, weil, nun ja, die Regierungen sind fies. Punkt. Also, du solltest dir vielleicht einen Ausweis besorgen, damit deine Regierung dich nicht zwingt, zu tun, was auch immer sie von dir verlangt. Und das ist die günstigste Variante, oder? Du kannst überall Ausweise bekommen. Du kannst überall Pässe bekommen. Du solltest dir einen Pass holen. Ich werde mir mehr Pässe besorgen. Ich habe schon viele Pässe und ich werde mir noch mehr besorgen, weil du nicht den Launen deiner Regierung ausgeliefert sein solltest. Du bist nicht deine Regierung. Gut, genug von diesem Rant. Kommen wir zur DJ-Ecke oder eher zur Next-Gen-Ecke. Okay, Early hat sich von seinem Schlüsselpunkt zurückgezogen, aber es wird einen neuen Versuch geben. Sei also darauf vorbereitet. Und wenn es soweit ist, Early Dog, du hast es früh erwischt. Du hast es früh erwischt, also kannst du dir auf die Schulter klopfen. Du könntest die Hälfte bei einer Verdopplung verkaufen, wenn wir hier oben angekommen sind. Und fertig. Der Pay-Pay-Schub. Du siehst das Pay-Pay, oder? Es ist ausgebrochen. Und wir können sehen, dass nach einer kleinen Konsolidierung ein weiteres Ausbruchsbein kommen wird. Also achte darauf, dass du dabei bist, weil du diesen Ausbruch nicht verpassen willst. Org gibt dir die Chance, Org unter einem Cent zu kaufen. Halte es für den Tag, an dem wir eine Milliarde Dollar Marktkapitalisierung erreichen. Du hast einen Vorteil hier, also verschwende ihn nicht. Richtig? Genauso wie bei Waffles, auch wenn es über der 1 Cent Marke bleibt, hat es dir eine Gelegenheit gegeben, unter einem Cent zu kaufen, aber nicht für lange. Richtig? Also, da hast du es. Verpass es nicht. Verpass es nicht. Richtig? Gut. Nachrichten des Tages. Zuerst werden wir über Folgendes sprechen. Breaking. Solana übertrifft alle anderen Chains in den letzten drei Monaten in Bezug auf Netto-Kapital-Zuflüsse. Eine Milliarde Dollar an Zuflüssen? Ja. Deshalb schaue ich mir Solana sehr genau an. Und ich sage, ich sage, dass Solana das Token auf 1000 Dollar gehen könnte. Ja, dann hast du das Optimism-Netzwerk und die Base-Chain-Avalanche. Nicht viel, aber alles, was du siehst, schau dir das an. Wow! Ethereum. Ernsthafte Abflüsse bei Ethereum. Verdammt! Kein Wunder, dass Ethereum nicht so gut läuft, wie es sollte. Okay, Breaking. Caroline Nelson zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt. Diese Frau, richtig? Nun, ich meine, du legst dich mit dem Feind ins Bett und sie wusste, was sie tat. Sie wusste, dass etwas im Gange war. Sie hätte früher etwas tun und sich zurückziehen sollen. Aber nun ja, sie wurde zu zwei Jahren verurteilt und das war's. Solana erneut im Blickpunkt. Es gibt drei Solana-basierte Coins, die man kaufen kann, um 100 Dollar in 10.000 Dollar im Oktober zu verwandeln. Das ist möglich, sehr, sehr möglich mit Solana. Schauen wir uns an, was sie hier gesagt haben. Fangen wir mit dem ersten an. Mit. Junge, willst du mir sagen, dass mit auf 200 Milliarden Dollar gehen wird? Das ist eine 2 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. In 30 Tagen? Oh mein Gott, das ist urkomisch. Das ist eine Menge Geld, das in sehr kurzer Zeit reinkommt. Ich meine, ich kann sehen, dass es auf die 4 Dollar Marke steigt. Wir haben die 4 Dollar Marke getestet. Vielleicht, oder? Aber das war's. Und das ist eine Verdopplung. Das ist eine 4 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Verrückt. Die Türkei beschließt, dieses Jahr keine Kryptogewinne zu besteuern. Oh, wow. Also, da hast du es. Die Menschen in der Türkei, sie könnten sich dieses Jahr und nächstes Jahr auf Krypto stürzen. Weil es der große Tag ist. Die große Zeit für Krypto. Und schließlich steigen die Bitcoin-Preise auf ein Ziel von 78.000 Dollar. Nach dem chinesischen Konjunkturpaket. Ja, interessant genug. Die People's Bank of China kündigte an, 140 Milliarden Liquidität in das Finanzsystem zu injizieren und die Mindestreserveanforderungen um 50 Basispunkte zu senken. Richtig? Sie senken also im Grunde genommen die Zinssätze. Die PBOC senkte die Kreditkosten und erleichterte die Immobilienkaufregeln, um den angeschlagenen Immobilienmarkt und die breitere Wirtschaft zu stützen. Ich möchte, dass du verstehst, warum dies eine Rettungsaktion für Bitcoin ist, denn es mag wie eine Rettung für Leute klingen, die zu viel Geld für Immobilieninvestitionen geliehen haben. Und, ja, direkt gesehen ist das der Fall. Die Leute, die eine Milliarde Dollar geliehen haben und sie nicht zurückzahlen können, weil die Wirtschaft nach unten geht, das ist nicht ihr Problem, dass sie die Milliarde nicht zurückzahlen können. Es ist das Problem der Bank. Und die Bank löst es, indem sie es ihnen leichter macht, mehr Geld zu leihen, um es zurückzuzahlen. Wie kommt Bitcoin ins Spiel? Nun, all dieses Geld, richtig? Viele von diesen reichen Leuten wollen es aus dem System herausbekommen, denn sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Und im Grunde genommen werden sie ihr Geld in Bitcoin umwandeln, um es herauszubekommen. Es kommt also, diese Flut von Geld kommt, die Welle des Geldes. Noch einmal, wenn du am Handel interessiert bist, kannst du zu Bybit, DaVinci, 15.com gehen, Links in der Beschreibung unten. Okay, schauen wir uns die Heatmaps an, wechseln wir zur kürzeren Frist. Wir können sehen, dass wir genau zu dem Ziel gekommen sind, das ich hier im Auge hatte und dann umgedreht haben. Und haben wir dasselbe hier gemacht? Ja, haben wir. Ja, ich habe euch gesagt, dass dies der Punkt ist, an dem wir den Trade eingehen sollten. Genau hier oben. Moment mal, hier oben. Und ist es hier hochgekommen? Nein, ist es nicht. Bei 65k, oh nein. Es ging darum, dieses Level hier zu knacken. Richtig, genau. Dieses Level hier zu knacken. Also, als wir hier unten waren, Entschuldigung, richtig. Nicht dort hinten. Also war unser Einstiegspunkt ursprünglich bei 674, den wir seitdem modifiziert haben, da wir diese neue Technik verwenden. Und bisher läuft der Trade gut, oder? Aber lass uns abwarten und sehen, ob wir ausgestoppt werden und dann bei diesem Einstieg hier wieder reinkommen. Also lass uns abwarten und sehen, was mit diesem Trade passiert, da wir auf diesen Einstieg hier warten, basierend auf dieser Liquiditäts-Heatmap. Wir sollten hier unten einen Short haben, ungefähr hier oder hier oben. Also da ist es. Warten und sehen. Gut, schauen wir uns Ethereum an. Ich habe dies verschoben, weil ich es ursprünglich bei 78,6% hatte und das war ein Fehler, weil ich auf den 4-Stunden-Chart geschaut habe und du machst die 78,6% nicht im 4-Stunden-Chart. Du nimmst die 61,8% im längerfristigen Chart und da ist es, das wäre der bessere Trade gewesen. Also werde ich das entfernen und nach einem neuen Trade suchen. Also das sieht nicht so gut aus. Nicht so gut, das sieht sehr bärisch aus. Also könnte Bitcoin auch steigen und entweder hier durchbrechen oder schnell nach oben schießen, weil es das gerne tut. Diese Typen lieben es, das zu tun und die Leute hier oben auszutricksen und dann sofort wieder nach unten kommen. Und das könnte der Fall sein. Also lassen wir uns überraschen, was in der nächsten Zeit passiert. Was Ethereum betrifft, ja, das sieht überhaupt nicht gut aus. Okay, das war es für heute. Ich hoffe, dir hat die heutige Episode gefallen und wir sehen uns morgen. Danke fürs Zuschauen.